Moin moin und willkommen zurück zu StarTopia. So, seit ich die letzte Mission gemacht habe, sind Monate mal wieder ins Land gegangen. Nichtsdestotrotz starten wir jetzt die 10. Mission für die Sirenen. Auf geht's. Das ist es, das große. Wenn ich die Palme hatte, sie wäre es moist. Eine Siren Station wurde durch ein Pakt von Registrierstern aggressivisten. Du musst auf die Station für die Sirens und wegschneiden die drei Opponenten. Sie haben eine Alliante, damit es könnte sein, schwer. Wie normal, die Basis-Vacilitäten wurden durch die Siren Agency gefordert. Du musst schnell reagieren, denn die Registrierstern werden nicht so schnell über ihre eigene Planen. Das könnte ein plätschenswertes Registrierstern sein, aber glaub mir, es ist viel zu fahren. Und nein, das ist nicht ein Schuss. Dann bin ich mal gespannt, wie wir uns hier anstellen werden. Kann also von beiden Seiten kommen. So. Mal anschauen. Drei, vier, fünf. Und jetzt ein bisschen die Länge ziehen, bitte. So, das sollte schon reichen. Nach West. Sollte ich gleich hoffentlich noch versetzen können. Auf ein neues. Nein. Ich... Ach. Und Angst. Die Steuerung. Sie ist nicht unintuitiv, aber aufgrund von anderen Spielen bin ich gerade laufen der Meinung. Ich könnte das machen mit... Oh. Wir brauchen Schließlich Gärtner. Ja. Ähm... Wir brauchen hier ein Hin. Platz zum Schwimmen. Und was sonst? Ähm... Feuchte Gebiete haben, glaub ich. Ich bringe halt besonders hilfreiche Güter. Und etwas Eis. Genau. Oh, ich da hier noch. Jetzt sind wir noch ein bisschen länger. So. Hier darf aber auch noch ein bisschen eine trockene Stelle für die Leute, die es mögen. Und feuchter bitte. Ja. Drockener. Wunderbar. So. Rona. Ja. 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 die Kontrollbraucht bestimmt nochmal, aber erstmal... ich will handeln können. ...Starlok. Da brauche ich aber auch Power Sensor… Da. So. Das soll erstmal reichen. Ach der Gelbe der expandiert hier schon ganz kräftig. Naja. Ich muss es auch. Backen wir den mal hier hin. Stardock, zuerst will ich Cargo Hold hier an die Wand setzen und dann das Stardock. Möglichst nahe dran in der Hoffnung, dass ich hier auch noch einen Stardock, äh nicht Stardock, hier Cargo Hold hinkriege. So heißt aber, ich brauch von euch ein paar Leute. Du bist eigentlich miserabel in deinen Qualifikationen. Ah, was soll's. Ich brauch halt Leute. Wie viel hab ich von dir jetzt? Zwei. Ich brauch's doch noch einmal. Du bist was anderes, ich nehm nicht mal trotzdem. Ah, da kommt mein dritter. Okay, der blaue expandiert auch schon in Richtung meinerseits. Bis du, ja, ein bisschen Sicherheit schon mal anfangen. Da sagen wir doch nicht nein. Wir brauchen den Medical Facility. Können wir auch gebrauchen. Bringt Geld rein. Auch wenn ich mich anfangs noch zurückhalte, irgendwelche Krankentransporte anzunehmen. Ich glaube, sie sorgen größtenteils dafür. Für diese großen Käfer. Emerging ship is docked. Ja. Ich glaube, es ist ja logischerweise ein paar Leute. Okay, was haben wir hier. Jo, bei ihm geht schon. Alles los. Das können wir... Machen wir fünf Stück zum Handeln. Noch hab ich auch ein bisschen Geld. Der Merchandtschiff hat weggekehrt. Wunderbar. So ist sie, ey. So, drei Stück braucht er jede Ecke. Ziehen wir das etwas länger? Sollte für den Anfang reichen. Boah, hier eine hin, da. Ja, kein Equipment, ich weiß. Mein Equipment ist hier. Mein Equipment ist hier. Die Sache scheine ich aber nur langsamer zugreifen zu können als auf den Rest. So, noch eine Diagnoseeinheit. Jetzt könnte ich schon mal mich auf die Suche nach Ärzten machen. Wo ich keinen guten hier habe. Ja. Mach sofort. Du bist ein bisschen besser als den ersten, den ich engagiert hatte. Eigentlich bist du viel zu schlecht für die Rolle als Arzt, aber... Ich brauch da Leute. Ich brauch da Leute. So, Waiting Couch. Da noch einen hin, da einen hin. Und da wir nicht ganz so schnell mehr als... drei Stück kriegen. Nein, ich habe die Ärzte nicht. So, ich habe... Priester hier. Die bringen Geld rein. Ich bin nicht falsch, stimmt. Und da haben wir einen ordentlichen Arzt. Ups, wo bin ich denn jetzt? Du herkommen. Du bist angestellt. Und hier nochmal jemanden für... die Pflanzen oben. Okay. Und nochmal mit. So. Und nochmal mit. So. Der ist gar nicht verkehrt. Der ist gar nicht verkehrt. Und schläft. Warten wir halt noch. Moment. So. Der Grüne expandiert auch zu mir. Das nächste, wo ich expandieren werde, ist diese Richtung. Na, kommt ja. So, hier wächst auch schon langsam was. Das ist gut. So, hier ist doch noch einer. ...einer, halb. Fehl, der ist... So. Die Diagnoseeinheit ist eigentlich nicht verkehrt. Einfach noch eine... ...darzuhaben. Ist bei denen günstiger. Ja. Slippe. So, Lump for medical supplies. Okay. Jo, rude arse Lumpen. Uff. Da gibt's Lücken im alien Fenster. Was hat der 3? Ach du meine Güte. Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher wie Angriffe auf den höheren Levels aussehen. Ich glaube es interessiert die unterste. So. Hm. Hm. Ich komme mit in mein Team, denn die Leute für mich auch kämpfen. Ja. Deswegen will ich es eigentlich dabei haben. Und jo, ich hole mir noch ein paar Kämpfer. So, Agent ist weg. Sehr gut. Oh, bin's dich Cargo holt. Hm. Nicht. Jetzt. Samgaza. Vor allem M3 könnte ich gebrauchen. Black Market Puts. Nehme ich an. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ein Schwerpunkt hat weggegangen. Ich bin's. Hier geblieben. So, wen haben wir da? Touristen meinetwegen. Wahrscheinlich sind's dann, ähm, keine Touristen, sondern feindliche Agenten. Administrator. Sensoren indikieren, dass ein explosives Gerät auf der Station geplant wurde. So, du magst nicht gerne arbeiten, aber das soll mir jetzt auch egal sein. Oh, gut. Ach, ja. Der wollte gar nicht arbeiten. Ich glaube, die kämpfen auch, oder? Naja. Ihr könnt zumindest rein theoretisch kämpfen. So. Jetzt brauche ich langsam mal sicher. Ein bisschen Überhalte. Ich kann gut nachvollziehen, falls die hier gelangweilt sind. Apropos Diagnoseeinheit. Ja, du bist so loyal. Wie ein Hündchen. Wie ein hässliches Hündchen. Aber wie ein Hündchen. Wie ein hässliches Hündchen. Wie ein Hündchen. Und auch sollen sie für mich arbeiten. So, was kommt da rein? Okay. Oh nein, ich will dich von dir nicht brauchen. Zeitler würde ich auch gerne haben wollen. Ich muss dir langsam was bieten. Love Nest, das nehmen wir mal mit. Oh, ich bin danach so arm. Nee, den Rest jetzt nicht. Nicht alles auf einmal ausgeben, denn das... Das würde mich hier sonst noch in den Untergang treiben. Hätte ich vielleicht gar nicht von der Wohn-Up kaufen müssen. Ich muss erstmal sehen, was es denn generell so gibt. Eins, zwei, drei, fünf. Genau, so würde ich das etwa haben. So, weil ich groß brauche es auch nicht. So. Nein. Fünf Stück reichen für das erste. So. 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 Die Besserung schon gerne. So gute Skills kriegt man selten. So, ein paar Beförderungen muss ich wahrscheinlich schon rausschmeißen? Ach, noch nicht viele. Oh, hier mein Börf, das ist aber gut besucht. Die Solarflare hat endet. Ah, super. So will ich das sehen. Also, ein paar Leute hier. Das kann ich hier eigentlich sonst bauen. Also Dynomat, Recharger, Powerbooster. Man sollte ja Popporn dabei haben, ne? Hier schaut ja quasi da wozu. So, und jetzt heißt es aber für mich, glaube ich, so ein bisschen auch mal sparen. Weil ich immer einen Blick werfen muss, ob da nicht ein guter Arzt vorbeikommt. So, was braucht es als nächstes? Vor allem Recycler. Und zudem nehmen Recycler dann, äh, Sicherheitseinrichtung. neben Unterhaltungseinrichtung. So, wer kommt da? Oh nein. Auch wenn ich hier Medizinische Station habe. Auch wenn ich hier Medizinische Station habe. Ah, ah. Oh nein. Wem traue ich nicht. Dann habe ich Industrial Apples. Ah, weil ich oben zu schlechte Grundwerte. Meine Ärzte haben gerade ziemlich wenig zu tun, muss ich sagen. Oh komm, du bist brauchbar. Ja, ist noch alles in Ordnung. Hier haben wir noch mal einen Priester. Wo bist du? Da. Bekehre ein paar Leute. Na ja. Ja, ich bin auch ein T-Din. Jaja, ich bin auch ein T-Din. Ja, ich bin auch ein T-Din. Eigentlich vier Stück müssen es. Hier haben alle sehr, naja, unterschiedliche Werte. Dazu, der Grüne hat bestimmt die die Infizierten angenommen. Und jetzt soll ich aufhören, noch mehr Geld auszulösen. Ich stelle hier ein und stelle hier ein. Ich könnte noch mal alle Schiffe gebrauchen. Ach, Iger rufen. Touristen. Ah ja. Ja, das ist ein bisschen. Damit können die Pöger vorbeikommen. Oh, super Werte. Macht mich arm, wenn ich die anstelle. Aber und gleich mal da so, wie ich es sagte, und nicht super Werte. Ja, komm her, lass es handeln. Ich muss Sachen verkaufen, damit ich wieder etwas Geld hier reinbringen kann. Pau-Booster zum Beispiel muss ich unbedingt mal zulegen. Factoric kann ich auch so bauen. Hätte ich gar nicht brauchen beim hier Tja, ich kann euch nichts groß an. Tja, ich kann euch nichts groß an. Ich habe mich verhoffen. Joa, schön da rein geschaut. Aber Honda, super. Administer.